Du hast Bock auf geile Exklusiv-Caps, Hammer-nice-Retro-Jerseys und vieles mehr? Dann bist du hier beim Topper Store genau richtig. Check mal den ersten Link in der Beschreibung. What's up, Chiefs? And welcome back to my first video here on Easy Money. Ich befinde mich gerade in Spandau und das hat nur einen einzigen Grund, Alter. Weil heute die Berliner Adler-Seel-Jugend gegen die Bulldogs-Seel-Jugend zockt. Natürlich bin ich da wieder da zum Zugucken und zum Filmen, Alter. Ich wünsche den Jungs viel Glück. Es sind die, mit denen ich auch in Düsseldorf war. Und danach, Digga, geht es direkt ab ins Post-Stadion zu den Männer-Adlern gegen Oldenburg. Deswegen heute den Tag voll mit Football, Alter. Ich bin gehypt, wird aber auch anstrengend. So, Leute, wir sind endlich da. Home of the Bulldogs, Alter. Ein paar Minuten vor Anpfiff. Ich hoffe, ich komme hier rein, Digga. Was ist hier los? So, Leute, ich glaube, es geht jetzt gerade los. Ich bin mir nicht ganz sicher, Alter. Ich hoffe, ich habe es gerade noch zum Kick-Off geschafft. Da stehen schon drei Jungs bereit. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt gleich schon losgeht, Digga, oder was hier genau passiert. Aber egal. Hauptsache, wir sind noch angekommen, rechtzeitig. Coach Baci hat gerade Touchdown gecallt für die Nummer 13. Mal gucken. Da rennt Noah doch einfach mal selber. Da würde ich sagen, rennt da einfach mal selber durch, Alter. Kann man machen, Junge. Kann man mal machen. Warum spielst du heute nicht, Marco? Verletzt, Überbelastung der Sehne, zwei Wochen Auszeit. Verdammte Kacke. Kommt bei dir. Ich habe am C eine Verletzung und ich kann nicht richtig laufen. Scheiße, Alter. Und du, Junge, zu alt, oder? Einfach zu alt. Was für ein Savage. Man wünscht den Jungs gute Besserung. Geh mal auf Kamera nochmal. Sag mal, komm. Kauf dir mal Fake Likes. Hab ich nicht genug, oder was? Naja, ist ein bisschen wenig. Ich stelle mir vor, du kannst auch... Naja, du musst immer so 2000 machen. 2000 Likes? Ja, Likes und Abos. Pro Monat, pro Monat 2000, weil sonst wird YouTube dich bannen, wenn mehr sind, mach einfach pro Monat 2000, wenn es dich ist, dann hast du in, überleg mal, zwölf Monaten wie viel Abos? Wenn ich 2000 pro Monat mache, dann habe ich 24.000 Abos nach zwölf Monaten. Eben, überleg mal, dann wärst du krass. Dann wärst du krass. Jetzt noch nicht, ja? Du hast 2440 Abos. Ja, konzentriert euch los, konzentriert dich, Junge. Die Jungs sind auf jeden Fall lustig drauf, Alter, macht Spaß. So, Offens ist wieder auf dem Platz, weil die Bulldogs Offens nicht gepunktet hat. Hey, let's go. Der rennt schon wieder, einfach durch. Adler lief jetzt mal wieder auf dem Platz. Latif, Latif! Jawohl! Sehr schön. Jawohl! Die 25 von den Bulldogs ist angeblich ein sehr gefährlicher Spieler, habe ich gehört, deswegen, das war gerade ein sehr solides Tackle. Stimmt's? Ja. Take Abos. Ja. Definitiv. Ey, renn! Wie geht's? Gut. Gut? Ja. Sehr schön. Und der rennt schon wieder einfach durch, zum dritten Mal. Noa mit dem nächsten großen Play Interception geholt, kann man machen, Digga, kann man machen. Killer! Let's go, Killer! Sein Name ist einfach Killer, Digga. Let's go. Let's go, der sucht alle aus, Alter. Let's go. Sehr schön, Digga. Ey, Leute, da war gerade ein kleiner Fehler, steht eigentlich schon 30 zu 0, anscheinend. Stimmt das, ja? Ja. Bist du dir sicher? Ja, bin ich sicher. Ja, hundertprozentig. Okay, 100% steht es 30 zu 0 für die Adler. Also, ja, kann man mal machen. Ja, let's go. Let's go. Dritter Versuch für die Bulldogs. Und der kommt nicht an. Jawohl! 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 Ey, Eric, weißt du was? Was? Die 25 ist echt frech von denen. Frech? Überleidig. Wirklich, Digga? Marco? Für dich nicht. Du trägst sie doch nur darüber, oder? Du nimmst sie nicht für dich alleine jetzt mit, oder? Nee. Wer weiß. Fahr. Es ist Halbzeit. Adler fühlen 42 zu 0, Alter. Das ist gerade mal Halbzeit, Junge. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Marco? Na? Kann ich einen? Nee. Bitte. Der Deal. Dankeschön. 2 Euro. 2 Euro sagt er. Beides 61, aber das eine ist original, das andere fake. Was denkst du dir dabei? Was denkst du dir dabei? Er ist mein Fan. Er ist mein Fan. Du bist mein Fan. Ja, weil du einfach ignorierst. Einfach in Ruhe lassen. Ignorier sie einfach. Der Armut Titan wurde hier rausgekriegt. Und er ist Fake-Nummer, weil er hatte eine 81. Damit hätte er ja Titans spielen müssen, aber hat er nicht gespielt, sondern ich glaube O-Line. Und dann haben die Schiedsrichter gesagt, nee, geht nicht mit der Nummer und so, bla bla bla. Und dann haben die da so Tape aufgeschlebt, damit es aussieht wie eine 61. Stimmt's? Das stimmt. Ah, krass, Digga. Ah, Lio! Ah, Lio! Come on, boy! Come on! Schönes Ding, Junge. Sehr schön, Alter. Nach diesem Pass eventuell schon wieder Touchdown, oder? Ah, so knapp, Digga. Rindas, sehr schön. Oh, okay. Let's go, Noah! Woo! Oh! Das ist dein Sohn, deswegen. Spiel ist gewonnen, logischerweise ganz eindeutig. 58 zu 0, Alter. Kann man so machen, oder? Ja, kann man so machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Gewonnen! You! Wer ist Meister? Wir! 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 Wir haben frei! One, two, three! Partner! Sauber abklatschen. Keine Kommentare. Einfach abklatschen, da kommt er feiern! Gibt nur eins! Glückwunsch! Wir wollen uns richtig doll bei euch bedanken. Wir als Rookies oder Juniors, ihr habt uns so eine geile Season abgeliefert, mit uns zusammen. Ihr wart, so gesagt, auch ein Teil des Teams. Ihr habt eigentlich fast auch alles gemacht. Guck mal, von den ganzen Spielern dort, ein Starter, zwei Starter, manchmal startet der auch, drei Starter, vier Starter, fünf Starter. Aber von den Rookies und Juniors sind fast alle Starter. Wir sind eine Familie, ein Team und haben Champions gewonnen. Wir sind fucking Champions! Bestes Team aus fucking Deutschland! Let's go! Das schönste Lächeln von allen! Wir sind Champions! Yeah! Wir haben das! Wir haben das! Wir haben das! Wir sind Champions von Deutschland! Let's go! Let's go, boy! Let's go! So Leute, die Adler C-Jugend und die Adler A-Jugend, Digga, wird jetzt noch kurz ein bisschen geehrt, weil sie krasse Saisons hatten. Und dann geht das Männerspiel los, Alter. Geehrt, Digga! Sehr gut. Die Ehrung für die C-Jugend wird jetzt gleich vollendet, also im fetten Stadion, Digga. Kann man mal machen. Das ist auf jeden Fall sehr aufregend für die kleinen Jungs und ich freue mich für sie sehr. Ja! Wir sind unsere Jungs! Tschüss! Wir sind unsere Jungs! Wir sind eine Jauneaben! Wir sind gerade gute Entscheidung! Wir sind die Verkaufrenheit. crowbs 획 Untertitelung des ZDF, 2020